Im Kundenprofil haben Sie eine interessante Funktion, die Ihnen ermöglicht, automatisierte Kandidatenvorschläge zu erstellen und an Ihren Kunden zu versenden. Wenn Ihr Kunden zum Beispiel immer noch dasselbe Profil sucht oder wenn er eine offene Stelle hat, die schwer zu besetzen ist, können Sie die Suche erstellen und speichern. Jedes Mal, wenn sich neue Kandidaten in Ihre Datenbank registrieren, werden diese an den Kunden automatisch geschickt. Aber die Kontaktdaten und persönliche Daten des Kandidaten werden nicht übermittelt. Der Kunde wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein Vorstellungsgespräch mit dem Kandidaten zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017